Meine Damen und Herren, ich esse gerade Pfannekuchen. Danke, dass du die Einleitung gemacht hast für diese Folge. Oh nein! Super! Ich habe gerade angewacht und er sagt meine Damen und Herren. Das ist der Pfannekuchen-Wettessimulator. Heißt aber auch... Sim... Simarium! Mensch, ich kenn das. Ich muss jedes Mal auf den anderen Bildschirm gucken. Da ist nämlich in der OPS steht es drin. Wie ich es genannt habe. So, ich habe jetzt mal wirklich ein zweites Profil eingelegt. Und wir haben gerade herausgefunden, Sachen für Kopf und Hände kann man sich erst kaufen, wenn hier oben aufgelevelt ist. Wieso hast du deinen Charakter geändert? Habe ich gar nicht. Doch, du hast deinen zweiten Charakter, glaube ich, gerade angefangen, oder? Ja. Wo du gerade sagst, zweites Profil, habe ich mir gedacht. Mach mal auch mal schnell. Die Gunst der Stunde. Nutzen noch, bevor das Spiel hier gleich startet. Richtig. 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 Mensch, hier, Clan kann man auch machen. Ja, warum hast du das noch nicht gemacht? Wiss ich nicht. Ich auch nicht. Machen wir mal morgen so. Dachte ich. Ja. 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 Aber das verstehe ich jetzt wieder nicht, warum man dem zweiten Charakter, den man so hat, die gleichen Klamotten anziehen kann, wie dem ersten. Obwohl du auf den anderen Sachen den gleichen Flicken neu kaufen musst. Ne, das habe ich jetzt nicht so ganz. Hast du das nicht verstanden? Also, für Hose und Hemd musst du zweimal diesen Outfit oder diese Optik kaufen. Ja. Damit du aber den zweiten Charakter ankleiden kannst, musst du nicht die Sachen nochmal neu kaufen. Das verstehe ich nicht. Der zweite Charakter ist ja kein zweiter Charakter, sondern der zweite Charakter beziehungsweise das zweite Profil ist ja nur eine Auswahl an anderes Equipment. Ja. Gut, ich dachte, da wird ein zweiter Klon von dir weggeschossen, aber... Ey, mit dem Klon sind wir noch nicht so weit. Und wir haben auch ein Gummibärchen. Na komm, das ist Postapokalypse. Jetzt geht's los. Mensch, wir haben ja nur zwei Minuten gewartet. Du isst Gummibärchen? Ja, das ist Gummibärchen. Gibt nichts besseres als Pfannkuchen. Ist jetzt mein Spiel abgestürzt? Das wäre jetzt irre. Ne. Nehmen wir jetzt nach so einer ganzen Packung Pfannkuchen. Ja, ist mir immer schlecht. Äh, was müssen wir jetzt machen? Ich hab nicht aufgepasst. Forschen war das glaube ich jetzt wieder, gell? APC einnehmen. Da nehm ich doch mal... Ich bleib bei der hier. Ne, ich nehm jetzt mal die Mausen. Die Mausen? Mausen. Mausen. Ich hätt gern noch Camo-Optik wie bei Daisy. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Los geht's. Wo ist er? Da ist er. Hey. Ach, Doggy. Ja, ist ja gut. Ähm, ähm. Ähm, du gehst nach C? Ich bin jetzt einfach mal ins Grüne gerannt. Ja, aber da hinten ist noch ein Buchstabe. Ja, dann gehen wir halt auf C. Ja. Habe ich doch gesagt. Hast du gesehen, dass das da ziemlich tief ist? Nö. Ja, doch. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich spick mal hier rein. Kann ich nicht. Ich bin bei C und bin am Einnehmen. Aber ich habe ein bisschen Bummel in der Hose. Absolut. Weil doch ziemlich offen hier. Polen. Aber geht doch. So, gehen wir mal aufs Dach. Ja, das hatte ich jetzt auch gedacht. Schön aufs Dach gehen und ein bisschen in die Ecke stellen. Oh, das hört sich aber näher an. Da rennst du gleich bei einer, die ich nicht getroffen habe. Das hört sich alles so nah an. Also bei B rennt, weil der Typ hier unten bei uns schießt. Ey, ah man, ich bin ein Idiot. Hallo du Idiot. Ich habe ihn umgebracht, ich habe ihn umgebracht. Mit einem Headshot. Ich sehe das die ganze Zeit, dass der da unten läuft. Ich dachte, das wäre einer von uns. Ich sehe noch nichts. Wird A jetzt gerade eingenommen von uns oder? Ich verlaufe mich hier gerade in einem Startaus. Ich habe keine Ahnung, ich bin bei C und habe... Angst. Ziemlich, ja. Zack und wieder einer tot. Ach, jetzt hat der Sack mich. Ist da noch wer auf C? Ja, da ist noch einer auf C. Ach, ich werde zu alt. Ich bin zu alt für diesen Kram. Oh, ich sollte mit dem Pfannkuchenessen aufhören. Man weiß es nicht. Wesser, dass es nicht funktioniert. Nein, weiß ich nicht. Aber C wird eingenommen, finde ich nicht so lustig. Wegen sollten wir was unternehmen. A steht auch ziemlich gut unter Beschuss. Sie sollten nachladen. Au, 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 au. A, au, 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 au. Nicht nett. Das ist nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich nehme jetzt mal Profi 2. Sechs Schuss Winchester schießt schneller ist besser vielleicht. Ich gehe wieder auf C, ja. Ich gehe wieder auf C, ja. Ich habe mal eine geworfen. Oh mein Gott. Wo schießt denn der von hinten? Oh mein Gott. Da war er. Da ist noch einer. Wo? Wo? Den habe ich gerade mal eben umgehauen. Den Sack. Ah ja. Habe ich immer noch nicht geschafft. Ja, ich habe jetzt schon zwei umgehauen. Oben ist einer drin. Oh, der hat mich erschossen. Der ist oben im Dach drin. Wie sich dem halt einfach mal so lange auf dem Bein, bis er tot umfällt. Jetzt haben die fast alle Punkte eingenommen bei uns. Wer, ich? Nee, die. Gegner. Achso. Oh, hinter uns ist doch tatsächlich jemand mit einer Granate reingekommen. Wadda bim, wadda bum. Genau. Die sind nicht nett. Kannst du hier nicht durch die Fenster sprengen. Warum nicht? Weiß es nicht. Ist nicht eingefügt. Okay. Alles klar, okay? Alles klar. Oh, hier ist so eine blöde Blume jetzt aufgetaucht. Verflickst. Da kommt einer auf C. Alter Mann. Alter Mann. Oh, das hab ich mal eben kurz. Eliminiert. Jetzt reicht das. Erflixt. Apropos. Gibt's jetzt übrigens, gell? Die HD-Remastered-Version. Hätte ich ja mal voll Bock drauf, ne? Jetzt wollen wir mal ein bisschen Worms noch spielen. Au, au, au. Au, au. Ja, das gleiche hab ich auch. Au, au. Ich seh kaum noch was. Ich hab nur noch 2% Leben. Ich hab Angst. Nein, oh Mann, das war so ein guter Schuss. Küst du dich? Wer fliegt? Der sich jetzt nicht bewegt hat. Ich hätte ihm voll den guten Headshot geben können. Das ihr immer... Das ihr immer... Dass ihr immer ein oder zwei Leute im Spiel rumstehen. Einfach nichts machen. War einfach erschießen. Vielleicht hilft man dafür auch ein Killed. Oh, der war geil. Ich merkte Frauen geil, aber... Was? Oh, der ist einfach... Was? Fall er denn vor um! What? Hallo, wir sind in einem Team. Junge, Junge. Wenn du gerade am Nachladen bist, bist du so ein leichtes Opfer. Der hat gerade ein Teammate umgebracht. Vielleicht läuft der auch auf die Gegnerseite über. Ah, Spion. Also der eine steht da hinterm Haus bei A. Würden ja jetzt gerne umbringen, ne? Nee, dann kriegst du schlechtes Karma, wollen wir auch nicht. Ah stimmt. Da ist hinter der Ecke einer. Boah, ich hab nur umgebracht. Der hat mich umgebracht und gleichzeitig hab ich ihn umgebracht. Boah, die haben aber jetzt gut vorgelegt mit den Punkten. Ich auch. So, Punkten. Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Ach, der hat mich von der Seite weggeschossen. Ah, nicht schlecht. Komm, Sturm auf B. Gibt's doch gar nicht. Der zappt da rum wie so eine Grazelle. Wie so eine Nude. Ah, der hat mich in Nahkampf gekillt. Das gibt's doch gar nicht. Kann nicht wahr sein. Okay, okay, okay. Okay. Jetzt noch ein Relikt einsammeln. Ich würde ja normal jemanden mit der Faust erschlagen, wie wäre denn das? Schüsse, das war ein Verbündeter. Ich habe gerade einen Lauf. Die Anomalinen, die sind ziemlich doof. Die sind wirklich beschissen, die sind manchmal richtig im Weg. Aber das macht es irgendwie aus bei dem Spiel, weil du kannst dann wirklich nicht mehr in dieser... Ah, sehr geil. Du kannst dann nicht mehr den Weg lang gehen, den du sonst gerne lang gehen möchtest. Das finde ich irgendwie ziemlich gut. Boah, three in a row. Alter, bin ich gut. Das gibt's nicht. Wieso treffe ich den nicht? Mäh. Achten Sie auf Ihre Umgebung, wenn Sie laufen. Wollte man, ne? Ja, ich habe mich jetzt auf einen fokussiert irgendwie und das war nicht so gut. Ich häng fest. Ja, die haben eh gleich gewonnen. Schade, aber schade, Marmelade. Och, jetzt kommt da auch noch einer von hinten ins Haus rein, so ein Scheiß. Da hat keiner aufpasst. Au, 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 au. Was? Wo war das? Häuschen. Joa, Kongrets, ne? Tag, Rache. Ich dachte, in dem Gelände. Alte Flitzpiepe hier. Und noch einen. Ja, die haben es jetzt eh leider gewonnen. Schade. Ich würde gerne einen, auch einen noch. Einen noch, einen will ich noch. Guck mal, raus. Das steht doch hier irgendwo. Das finde ich immer so abrupt. Das ist nicht so geil. So, was nehmen wir? Mutterkrautextrakt könnte ich bekommen. Ja. Oh, geil. Was habe ich denn? Einen Reparaturbooster um 50% gefunden. Ich habe Silber. Silber, Silber. Erhöht 24 Stunden lang die Reputation. Ach, keine Reparatur, sondern einen Reputationsbooster. Bester Shooter habe ich bekommen. Beste Genauigkeit im Match. Aha. Oh, das gibt dann nochmal extra Geld, oder was? Acht Sterne und vier, was immer das für Sterne sind. Aber ich habe auch ganz schön abgesahnt. Capture, einmal Verteidiger, mit der Rächer. Serial Killer. Oh, Ausrüstung verbessern. Lederschuhe könnte ich jetzt verbessern. Erfolgschancen. Ich weiß nicht, will ich die jetzt verbessern? Spezielles Angriff. Und ich habe eine Mission erfüllt. Fulltile. Sie sind Level 3. Schuhe will ich jetzt eigentlich nicht verbessern. Was war das denn? Ich habe einen Hickepick gehabt. Hickepick? Ja, ein Hickepick. Ein Hickepick. Und mit diesen wunderhübschen Worten. Komm, mach nochmal. Dann können wir uns hier die Folge beenden. Wir sind jetzt beim nächsten Mal wieder. Lass mir einen Daumen hoch da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dennis. Tschüss. Da hat der Mutsche wieder aufwalt. 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 Vielen Dank.